hey kenners was geht bei euch ja willkommen zu einem weiteren csc matchmaking auf cash neu verpflanzt grün wunderschön da wird's kurz ein mate ja dann geht das auch schon los hallo team i go away bis jetzt aber ok und du noch den da schön dass er noch rein ging nur noch ich warte kurz bis die hallo da ist Die E4 ist auf dem Weg! Es ist mir! Incoming! Na, Wallis Highway! Vorsicht, mein Junge, nicht die A... IUP abgeben! Da ist EWN, der eine! Nice try! Vielleicht Headshot mit Ansage? Einer ist schon da! Fuck! Komm da auch ein Stück drüber, du, durch! Ich bin mal Rekord! Ich hätte fast 3 IP gekauft, einer, sagt doch! Na, wie gut muss ich mir hoch? Haben die nicht eben genauso viel Geld gehabt wie jetzt? Jungs! Du fuck! Ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist hier eben... Hm, 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 hm! Ich habe ein B jetzt! Cheaters! Cheaters! Wf, wie... Was wird Cheaters jetzt auf einmal!? Woha nein! Ich hab einen! Oaah, leg ich mich doch am Ärmel, Alter! Der ist zufassig, er ist reinkommen. Nice, B clear! Ich war doch überhaupt nicht mal ein B von uns, oder? Nein, okay, ich helf dir. Der ist ein jünger Aufnahme! der wird wahrscheinlich zu mir kommen nicht gut gut immerhin win ich glaube die haben fünf runden am stück gewonnen bis wir jetzt mal wieder was eingefahren haben und ich war genau durch den spalt klatschen immer die diskussion das ist doch echt in jedem spiel der hekt wir hacken irgendjemanden da wir counterstrike spielen muss ja jemanden und highway he is close of course Of course! Two inside. Nice, two inside lost. Okay. Putz Allah! Nice. Squeaky open. Ah, bah, bah, bah! Nein! 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 Nicht, nur noch einmal! Oh, die geht auf. Ich frage mich, was Purple jedes Mal macht am Anfang der Runde. Warum er immer 5 Sekunden oder 3 Sekunden länger braucht als wir. Klar, er hat mich wegsteppen gehört natürlich. Ist ja auch nur richtig dann zu können. also es war schon gut mit der auto ich glaube komischerweise nicht dass er damit jetzt einiges reißen wird ja kommt wird hat jungs war schon gut okay guter plan alle drauf mit schmack ist dann wir das sehr gut ich glaube das sind alle drei 98 in 1 beschissen umfallen können oder mehr zuliebe die wegen sich jetzt in sicherheit des winds aber nein denn jetzt wird reingerissen so wie letztens da also ist schon echt länger her mit skorpion oder geforce war gemeint er ist los weil ich hatte die konferenz hatte und gehen konnte nur deswegen obwohl er gar nicht so war so habe ich die jungs eben bisschen bearbeitet war schon gut jungs war schon gut ich finde es gut dass wir nicht lange gezögert haben der mädchen vorstirbt ich hier rein sterben und dann ist der eine links kurz nach nach hinten aber dann dran so muss es denn der dritte spätestens der dritte der holt ihn dann eben im rush ich weiß ich habe ihn mit mir hin zu gehen oder schon ziemlich groß ich bin aber belegt ziemlich weit hinten ich habe noch ein bisschen das ist echt viel viel lustiger wie das letzte mal mein pech ist gerade ein bisschen unangenehm ich habe mich aber vordrücken müssen auf yellow den killen dann wäre es gegangen so sieht eine p90 runde aus eigentlich 23 mal schon gut auf dem deckel drauf ist denn dann passt es von der zeit her ich kann es richtig schmecken die akka so richtig fest geschnallt aus mit gürteln dauert ein bisschen bis sie ab ist immerhin killi vanili das läuft doch jetzt ziemlich viel versprechen gerade 14 8 wir haben ultra viel cash auch von den punkten her geht es langsam auf die 50 zu weil ich habe schon mal viel angenehmer wird das letzte agatis boys agatis ich habe schon wieder eine smoke in der hand und dann steht da ein gegner und ich kann nicht sofort reagieren gefährlich gefährlich eindeutig das stärkere team weil sie kriegen sie ja gar nichts gebacken und 50 punkte noch fünf fuck ich muss die bombe legen die bombe die runde sehr sehr wenig gelegt was bin ich eine fire starter wieder natürlich warum auch nicht war gut ist gut gelaufen kommen den kann man eigentlich mal hier so schön die pünktchen geben da um ja leider ist es mit den 50 punkten nichts geworden 45 aber immerhin vier sternchen und die rangs gehen die gehen wird wieder ein draw und ein win es geht nicht richtig so gloppel